Musik Erfahren Sie in diesem Film Schritt für Schritt, wie sich mit den wasserfest auftrockneten Lascaux Künstler Acrylfarben attraktive Patina-Effekte erzielen lassen. Patina beschreibt eine durch natürliche oder künstliche Alterung entstandene Oberfläche. Ihr Geheimnis liegt im Zusammenspiel von reliefartiger Struktur und Farbschichten. Zum Patinieren benötigen Sie folgende Malwerkzeuge. Einen Pinsel, ein Malmesser, einen Zahnspachtel und einen weichen Baumwolllappen. Ausserdem benötigen Sie Lascaux Modellierpaste, Medium, wahlweise Lascaux Studio Bronze, zum Beispiel ein Kupferton oder einen der 16 schillernden Perlacrylfarbtöne. Die Patinatechnik erfordert vier Arbeitsschritte. Geben Sie im ersten Schritt etwas Lascaux Modellierpaste, zum Beispiel Struktura Natural, auf einen festen Bildträger. Voraussetzung für das Gelingen der Patinatechnik ist eine reliefartige Oberfläche. Achten Sie deshalb darauf, dass diese nach dem Verteilen der Paste Erhöhungen und Vertiefungen aufweist. Für den zweiten Schritt sollte die Paste gut durchgetrocknet sein. Diese wird nun mit Acrylfarbe bemalt. Ich wähle in diesem Beispiel den Kupferfarbton der Lascaux Bronze Acrylfarbenlinie. Sie haben die Möglichkeit, aus acht verschiedenen Bronzetönen auszuwählen. Führen Sie den Pinsel in kreisenden Bewegungen, damit die Farbe gut in die Vertiefungen gelangt. Selbstverständlich lassen sich aber auch Bunttöne der Perlacryl- oder Studio Originalfarblinie effektvoll einsetzen. Bevor wir den nächsten Schritt angehen, sollte die Acrylfarbe vollkommen trocken sein. Mischen Sie nun einen weiteren Farbton. Hierzu verwende ich ungefähr ein Drittel Lascaux Studio Original Paints Grau, ein Drittel Lascaux Medium 1 und ein Drittel Wasser. Mit dieser Mischung wird nun die ganze Fläche grosszügig bemalt. Mit Vorteil verwenden Sie dazu einen breiten Pinsel. Bevor die Farbe antrocknet, wischen Sie mit einem weichen Baumwolllappen die obere Schicht mit leichten Druck und kreisenden Bewegungen wieder ab. In den Vertiefungen sollte die nun noch feuchte Farbe liegen bleiben. Dann trocknen lassen. Im letzten und vierten Arbeitsschritt geben Sie wenig von demselben Farbton, welchen Sie beim zweiten Schritt verwendet haben, unverdünnt auf eine Palette. Verteilen Sie eine kleine Menge davon auf einen weichen, sauberen Baumwolllappen und wischen Sie damit über die Oberfläche Ihrer Arbeit. Alle erhabenen Stellen wirken anschliessend blank poliert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Übrigens, eine schriftliche Anleitung der Patinatechnik können Sie gerne von der LASCO Website downloaden.